Hallo, ich bin Wolfgang Barrow, den meisten besser bekannt als Dr. Joe Gerner von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ich finde das House of One toll. Hass und Vorurteile entstehen durch Angst und Unwissenheit. Wir haben hier die einzigartige Möglichkeit, Vorurteile abzubauen, durch dieses Projekt, dieses einzigartige Projekt House of One. Und wir brauchen Ihre Unterstützung. Mit nur 10 Euro können Sie einen Ziegelstein erwerben, damit dieses einzigartige House of One entstehen kann. Ich zähle auf Sie.